So, vor uns seht ihr Corina. Und die Corina würde euch mal erzählen, was sie so macht, wo sie herkommt. Ich bin Corina von allesvegetarisch.de, Nummer 1 Shop für pflanzliche Spezialitäten. Unser Sortiment ist komplett vegan. Wir sind heute das erste Mal hier auf der Veggie World. Klasse. Und warum sollen alle Leute bei euch kaufen? Eigentlich ist es egal, wo man vegane Produkte kauft. Jedes vegane verkaufte Produkt ist gut. Das ist fantastisch. Ich weiß, ich habe es selber auch mal bei euch bestellt. Und es waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob es über 40 Euro waren. Ich hatte von euch kostenlos noch was dazu bekommen mit einem netten Gruß. Und es war einfach sehr sympathisch. Das können wir einfach nur unterstützen. Hier unten seht ihr den Link auf die Seite. Geht da mal einkaufen. Es lohnt sich, weil die haben einfach wahnsinnig tolle Produkte. Corina, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Messe und bis bald. Okay, danke. Ciao.